Okay, ich starte etwa eine Tech-Snack. Wirklich? Wirklich? Ja! So weit hier? Wuuuh! Gandalf! Gandalf! Hör damit! Wo waren die? Hinter dem Eisberg. Hinter dem Eisberg. Okay, nice. So, jetzt bin ich ganz nervös. Ähm, was wollte ich machen? Oh, ich hab's vergessen. Äh, Wände, Wände. Nee, Wände kann ich ja platzieren, hab ich da. Okay, Wände passt das mal. Okay, ich glaube, ich brauch jetzt vor allem ein E-Ding. Äh, äh, Stone-Sealing, Ryan. Alles klar. Bin schon wieder dabei, Stone-Sealing zu machen. Jetzt grad Ramp. Hab noch 48 Wände, ich bin da zurück. So, das passt erstmal hier. Wände ist hoch genug. Ah, ich mach gleich weiter, aber ey, das wird später noch höher gebaut. Aber die erste Etappe ist erstmal nur zwei hier hoch. Aber... Könnte trotzdem schon mal höher machen. Ja. So. Okay. Und Ramps zufällig schon? Nein, die nur Gateway machen wir dann später. Vielleicht machen wir dann auch später. Ich kann schon mal, kann ich hier noch einen von welchen setzen irgendwo? Hier kannst du eine setzen. Na, da. Hier genauso. Da kann ich der Zeiling dann hinmachen. Kann ich auch noch einen hinsetzen. Das ist schön, dass ich hier nix setzen kann. Muss man dann mit Zeiling und Ramps arbeiten. Hier kann ich auch noch einen hinsetzen. Überrascht mich ja auch. Okay, das ist wirklich überraschend. Das ist wirklich überraschend. Oh, hier haben wir den Namen, ich hab's. So, wir sind die Schneckenräuber. Oh nein, das sieht scheiße aus. Oh nein, das sieht scheiße aus. Wollen wir uns die Schnecken nennen? Ne, ist auch dumm. Wir haben jetzt Schneckenräuber. das ist ein doper Name das ist doof im Kuppen texte einer mit mir ist so sehr schön leckeres Köstliches müssen gleich anfangen zu produzieren in sie dass es nicht so sagen ist dann nur der Blueprint womit man dann den Texturen macht aus den Komponenten so wie sieht es aus die Linke mit Namen soll ich dir was vorbeigehen ja, ich brauche ein Zementing-Pastil ok, Rams sind auch dabei, ich wende nämlich auch gleich produziert die Schnecke auch ach so ja genau, aber 20 Stück so, ist dann einer da, der sich jetzt um Fortschritt kümmern kann äh, ich wollte Kira-Themen gehen naja, wir brauchen eigentlich erstmal Metall und so ok, ja, jetzt kann ich noch Ryan machen hey, Ryan macht Steinproduktion naja, dann sollte sich Ryan dann drum kümmern das ist auch ok, dann brich erstmal ab, was du machst äh, hau rein, alles in die Truhe, was du noch hast und äh, kümmer dich um Fortschritt ja und richtig viele, also so 30 Stück oder so obwohl Fortschritt kann ich auch eben übernehmen ja dann ja, bis jemand Schittin vorbeigebracht hat ja, ich bin aufm Weg dann mach du das lahm, weil, dieses letzte Mal gemacht das ja gut aus dass auch mittig welche sind ja das hat mir eigentlich ganz gut gefallen ok, Ryan, dann weiter Seelings pumpen erstmal also ich brauche noch so, weiß ich nicht so 40 Stück oder so ok ok, dann muss ich erstmal die Wände jetzt hier noch zu Ende ja, das war alles ich hab zwei Gläser schon gebaut oh, sehr gut los sehr gut lege ich, lege ich in die Smithy rein ich wurde gefunden wow aber ich stehe übelst auf den Zaun, wenn der Tech Snake gefunden wird ja ich bring jetzt Chittin zurück dann machen wir aus den Schittigen gleich zum Ende den Pastel gute Idee so hat sie jetzt schon guck mal jetzt hat sie schon zwei Elemente und zwei schwarze Perlen hat sie jetzt schon produziert die Schnicke sehr gut so ist mir viel und so kann jetzt auch alles reinbauen ne ich hab jetzt auch schon hier Seeling platziert, wo ihr die Fortes drauf klein könnt und so, weiß ich nicht, so 30 Stück mindestens weißt du Bescheid da an, ne jup ok so gut, Rams kann sich erstmal platzieren wobei eigentlich würde ich hier lieber erstmal Seeling hin machen wie sieht es denn aus, Ryan? ja, wo kann man gerade ich muss wieder nehmen hier hier weit ist ja gut auf dann wir müssen noch zum Ende ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020